Musik Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 3 Wir haben es ins Schloss geschafft, wir haben es zu Victoria geschafft Victoria glaubt uns und wir sind mitten im Gespräch mit ihr Und ich würde sagen, ich lege da gleich wieder los Was ist das für ein Fluch? Bevor Mordred starb, verfluchte er die männlichen Nachkommen von Magris Sie sollten sein Werk vollenden Eines Tages würde ein Gordon geboren, der sich dem Bösen verschreibt Dieser würde Mordred in das Reich der Lebenden zurückholen Und Angelina wollte seine Macht bekommen Aber warum, wenn doch nur die männlichen Gordons verflucht waren? Weil ihr Zwillinge seid, muss dieser Fluch irgendwie durcheinander gekommen sein Wie das? Ich weiß es nicht, Edrian, es ist nur eine Vermutung Was hat... Schst, Edrian Wir dürfen keine Zeit verlieren Du bist der letzte Gordon der Markeslinie Dir soll das Schloss gehören Gib mir einen Zettel und einen Stift Da in der Schublade Ich muss deine wahre Identität bestätigen Sonst weiß keiner, dass du der rechtmäßige Erbe bist Beeil dich Ich fühle, wie meine Kräfte schwinden Ach, Edrian Mit mir geht es bald zu Ende Bitte nicht, Victoria Ich brauche dich Ohne dich weiß ich nicht weiter Macht er das von alleine jetzt? Ja Er macht brav alles alleine Gute junge Ohne mich Wärst du jetzt vielleicht gar nicht in dieser Lage Wir waren sehr gründlich was dich angeht Wir haben dir sogar eine Sterbeurkunde ausstellen lassen Lass mich fragen Das hat Dr. Herman gemacht Wir haben uns geirrt Verzeih mir, Edrian Schon gut Ihr wolltet mich ja nur beschützen Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen Wenn ich gewusst hätte, worum es ging Dann wäre ich nicht in Angelinas Falle getappt Was hat es mit diesem Ritualraum auf sich? Ich war selbst nie dort Doch angeblich ist Mordreds Macht dort am größten Jener Ort liegt nicht mehr in dieser Welt Sondern in der Welt der Schatten Ich glaube an Angelina und ich Wir haben Mordred gehört, als wir dort waren Was genau ist denn im Ritualraum passiert? Naja, ich habe alle Aufgaben gelöst Mein Blut aufs Relief getäufelt Und hast du auch die Worte gesprochen? Ich glaube ja Oh Gott, Edwin Dann ist das Ritual vollzogen Du hast Mordred damit den Weg bereitet Wie, wie meinst du das? Bin ich jetzt verflucht? Schlimmer, Edwin Schlimmer Mordreds Geist ist jetzt in dir, Edwin In dir Oh mein Gott, Edwin Was hast du nur getan? Mordred in mir drin? Scheiße Ich hab's geahnt Bleib ganz ruhig Lass uns ruhig bleiben und nachdenken Wie fühlst du dich? Ist irgendwas anders? Ja Da sind diese Visionen Sie fühlen sich ziemlich echt an Sie sind krank, gewalttätig Aber vielleicht sind es inzwischen auch keine mehr Vorhin wollte ich Murray an die Gurgel Das war jedenfalls keine Vision Mhm Wann hast du die weiße Frau zum letzten Mal gesehen? Gerade eben Vor dem Schloss Ach Dann hast du noch nichts Böses getan Dein Herz ist immer noch rein Du bist stark, Edwin Du hast es geschafft zu widerstehen Und das musst du auch weiterhin tun Widerstehe, Mordred, solange du nur kannst Er wird jetzt immer stärker werden Und du schwächer Er will dich kontrollieren Irgendwann wird er die Macht über dich übernehmen Uh oh Welche Möglichkeiten habe ich, Mordred daran zu hindern, mich zu kontrollieren? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ihn zu verbannen Mordreds Gefäß muss zerstört werden Du weißt, was ich damit meine Ich denke mal, du meinst die Samuel Variant Ein kleiner Sprung vom Turm direkt auf einen spitzen Eisenzaun Klingt verlobend Es ist auf jeden Fall die einfachere Variante Und was wäre denn die Schwere? Du musst dahin zurückgehen, wo alles angefangen hat In den Ritualraum? Aber der ist verschüttet Wo alles begann Wo? Aber meinst du dahin, wo Mordred den Fluch ausgesprochen hat? Im Buch steht alles In welchem Buch? Ich Ich bin so erschöpft, Edwin Ich Ich kann nicht mehr Nein Bitte mach jetzt nicht die Augen zu, Victoria Bleib wach Bitte Sag mir, was das für ein Buch ist Eine Chronik oder Oder die Bibel? Das Buch Bitte lies es Im Raum Welcher Raum? Unter der Erde Die sechs Menhiere Weil hier Die Eingänge Welche Menhiere? Dort beginnt der Weg Wenn du Bis zum Ende Gehen musst Bis zum Ende Meinst du die großen Steine rund um das Schloss? Fang dort an Such bei den Mein Heeren Edwin Versprich es mir Ja, ja, das werde ich Versprich Es mir Ja, ich verspreche es Victoria, bitte warte noch Du musst mir noch so viel erzählen, Victoria Was machen sie hier? Wie sind sie hier reingekommen? Sie stirbt Tun sie doch was Schnell Gehen sie Aber die Identität ist bestätigt Und wir sind in Kapitel 3 Mal gucken, was uns hier so erwartet Lady Victoria Gordon ist von uns gegangen Sie hinterlässt einen leeren Platz in unseren Herzen Wir wollen innehalten Und uns im stillen Gebet von ihr verabschieden Liebe Trauergemeinde Ich möchte ihnen zum Abschied ein paar Worte mit auf den Weg geben Worte, die Lady Victoria durch ihr Leben begleitet haben In guten wie in schweren Zeiten Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe Diese drei Sagt Paulus im Brief an die Korinther Aber die Liebe ist die größte unter ihnen Wenn wir nun Abschied nehmen von Lady Victoria Gordon Dann wollen wir dies im Sinne dieser Worte tun Amen Adrian Mein aufrichtiges Beileid Danke Ihre Urgroßmutter war eine ganz außergewöhnliche Frau Ja, das war sie Aufrecht und von Herzen gut Eine starke Persönlichkeit Ja Schade nur, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe Besser spät als nie Sie sind der einzige Angehörige Und damit der alleinige Erbe von Lady Victoria Sie können jetzt ins Schloss einziehen und erst einmal durchatmen Kommen Sie zur Ruhe, Adrian Und nehmen Sie Abschied Nicht nur von Ihrer Urgroßmutter, sondern Auch von Ihrem alten Leben Wenn Sie dabei Hilfe brauchen Sie wissen ja, wo Sie mich finden könnten Danke, Vater Frederick Mein Beileid, Adrian Danke, Doc Wie geht es Ihnen? Naja, das hier ist die Beerdigung meiner letzten Familienangehörigen Das war's Ab jetzt bin ich allein auf Gottes weiter Erde Komplett Da kommt mir die Anwesenheit von Mordred in meinem Kopf direkt ein bisschen heimelich vor Immerhin gehört er zur Familie Wenn Sie möchten, können wir unsere Sitzung gleich abhalten Äh, nein Ich möchte jetzt lieber meine Ruhe haben Können wir das nicht auf den Nachmittag verschieben? Wie Sie wollen Dann 15 Uhr in meiner Praxis? In Ordnung Bis dann, Adrian Die Psychologin ist echt bescheuert Adrian Gordon The last but not the least Oder vielleicht doch? Sehr unpassend Aber von Ihnen ist man ja nichts anderes gewirkt Richtig Du hast ja eben deine Urgroßmutter zugrabe getragen Die du gerade mal drei, vier Wochen kanntest Mein Beileid für diesen schweren, kaum zu verbindenden Verlust Und meine Gratulation zum Gewinn des Jackpots Was für ein Jackpot? Meinen Sie das abgebrannte Schloss, das zu renovieren, ich testamentarisch verpflichtet bin? Oder meinen Sie den Einstieg als Schlusslicht in einen Familienzug voller Geisteskranker und Mörder? So nimmst du das Jeder andere würde die Erbschaft eines herrschaftlichen Anwesens und den Aufstieg in die Adelsliga einen Glücksfall nennen Aber darin warst du ja schon immer gut, dich als Opfer darzustellen So sehen Sie das Jeder andere Cop würde seine Vorurteile überwinden und einfach mal einen Blick auf die Fakten werfen Apropos Cop Da du jetzt britischer Staatsbürger bist, kann ich dich leider nicht mehr abschieben lassen Und das heißt im Klartext, bei der kleinsten Verdachtsbestätigung wanderst du in den Knast Das verspreche ich dir Wieso wollen Sie mich unbedingt so nah bei sich haben? Haben Sie sonst keine Freunde? Schauen Sie doch lieber mal öfter bei Denise vorbar Das nimmt den Druck ein wenig raus Das Sprüche klopfen wird dir schon bald vergehen Wenn Sie meinen Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Inspektor Ich muss meine Gästebäder zählen Der Inspektor ist einfach nur ein Trottel und was anderes ist er nicht Tagebuch öffnen Ich hab so viel Zeug und es ist dann da und weiter gegangen So Victoria ist tot Sie hat mir so viel erklärt, dass ich kaum weiß, ob ich mir alles gemerkt habe Es gibt zwei Varianten im Flug Fluch und Mordred loszuwerden Die einfachste hatte mein Vater gewählt, den Selbstmord Er dachte, dass Mordred durchbesiegt wird, weil er der letzte männliche Nachvater Gordons war Von mir wusste er nicht Ich will nicht den gleichen Fehler machen Victoria sagte, es gäbe ein Buch, in dem alles steht und dass mir die Menhiere den Weg weisen Meinen Sie das Buch aus dem Ritualraum? Mordreds Buch? Und die Menhiere? Sind das die Steine, die rund um das Schloss stehen? Ich kann niemanden mehr danach fragen, aber ich werde der Sache nachgehen Okay, das ist schon durchgestrichen Soll ich es trotzdem lesen? Hm, ja, eigentlich schon Victorias Beerdigung In den letzten drei Tagen ist viel passiert Ich hatte kaum Gelegenheit weiterzuschreiben Nach Victorias Tod ging alles sehr schnell Miss Antolini rief einen Arzt, der Victorias Totenschein ausgestellt hat Und übergab das neue Testament an einen Notar Kurz darauf ist sie abgereist Schon am nächsten Tag hatte ich Besuch von Mr. Dukes, der das Testament vollstreckt Meine Identitätsbestätigung mir die Besitzerkunde für das Schloss übergeben hat Verzeihung Er hat mir seine Visitenkarte dagell lassen, falls ich noch Fragen an ihn habe Das Foto von Angelina habe ich bei der Polizei abgegeben Aber Spuno wirkte nicht besonders überzeugt Victorias Beerdigung ist in einer Stunde Ich war noch nicht im Schloss Da will ich erst hin, nachdem ich von meiner letzten Verwandten Abschied genommen habe Schloss her Black Mirror Castle ist jetzt mein Schloss Das kann ich noch gar nicht so recht glauben Aber es hört sich gut an Ich bin der Schlossherr Ein Schlossherr mit Schlüsseln Am besten ich schaue mich erstmal um und probiere aus, wohin die Schlüssel alle passen Und dann bleiben die Türen geöffnet Geheimnisse soll es für mich nicht mehr geben Okay Kann ich jetzt einfach springen, wenn ich nämlich hier gelandet bin, weiß ich nicht was passiert Oh Gott Dämliches Bauarbeiter-Team Hi Warten Sie auf mich Morgen, Sir Ja, tun wir Unser Beileid übrigens Danke Nennen Sie mich Adrian Gut, Adrian Ich bin Greg Das da ist Steve Sie sind hier jetzt der Boss, richtig? Sieht so aus, ja Ich muss mich erst noch daran gewöhnen Alles klar, Boss Dann fangen Sie am besten gleich damit an Miss Antolini hat nämlich vergessen, uns weitere Anweisungen zu geben Anweisungen Renovierungsmäßig Ich, ähm Ich weiß nicht Ich hab mich noch gar nicht genau umgesehen Ach ja? Dann sollten Sie sich vielleicht erst einen Überblick verschaffen Es gibt jede Menge Baustellen Und Wieso machen Sie nicht einfach irgendwo weiter? Nichts für Unguts, Sir von und zu Gordon Aber wäre doch schön zu wissen, ob die gute Lady auch was hinterlassen hat Ich meine außer den Baustellen Hm Sie meinen geldtechnisch? Ja Gut, ich werde mich darum kümmern Dann bis später, Sir Wir warten vor dem Schloss Das ist dann wohl mein neues Zuhause Black Mirror Castle Auf jeden Fall geräumiger als meine Studentenbude Und die Zelle im Knast Wenn auch nicht unbedingt heller Ja, die Gegend ist generell sehr dunkel Was sagt das Tagebuch? Bezahlung der Handwerker Die Handwerker wollen bezahlt werden Ich muss unbedingt ein bisschen Bargeld auftreiben Sonst wandern Wandern sie wieder zu Mary ab Erstmal sehen wir es überhaupt Um die Familienfinanzen steht Okay Wenn hier Äh, ist hier was drinnen? Ich glaube der Postbote war schon da Schauen wir mal nach Ein Brief und die Zeitung Na dann Gehen wir mal hier rein Hier rein, jawohl Mich wundert, dass die was machen gerade Ein Brief an mich? Seltsam Dabei bin ich doch gerade erst eingezogen Ha Ha Des Hüters dritte Tugend sei Warmherzigkeit So wie das Wasser jeden Tropfen aufnimmt Und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt So soll jeder Hilferuf gehört werden Und ein Meer von Antworten Schon wieder so eine kriptische Nacht Das stimmt allerdings Was sagt die Zeitung? Das Bild von mir Das ist das was ich für Mary gemacht Dieser Ach Wohl nie genug Will nicht wissen was er der Zeitung dafür abgeknapft hat Naja Mal lesen was hier stimmt Black Mirror Castle hat einen neuen Schlossherr Wie sich herausgestellt hat Ist der junge Amerikaner Darren M. Dem dem Vorwurf der Brandstiftung Bisher nicht nachgewiesen werden konnte Der letzte Nachfahre der Gordon-Fakulie Na klasse Spätestens jetzt denkt jeder Dass ich mir mein Erbe erkupelt habe Und was noch schlimmer sein dürfte Dass ich reich bin Ich schmeiße die Zeitung weg Na dann schmeiß sie weg Wir gehen jetzt mal noch rein Und dann ins Schloss Wenn wir schon mal drinnen sind Aber hier ist es definitiv ruhiger wie draußen Und so beende ich auch die heutige Folge Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020